Irgendjemand versucht anscheinend, sie mächtig aufs Kreuz zu legen. Was wahrhaftig ziemlich dumm wäre. Ihr seid doch sicher auch der Meinung, dass man da ein Exempel statuieren muss. Ein mordsmäßiges! Wir müssen sie umlegen wie tot. Alles fing so nett an. Larry und Richard dachten, sie würden ein paar fröhliche Tage am Strand verbringen. Aber plötzlich wurde es glücklich gefährlich. Aber nicht nur einfach erschießen, danach einbetonieren. Wie verbringt man mit einem toten Gastgeber ein Wochenende? Du hör mal, Bernie ist tot. Immer Ärger mit Bernie. Geben Sie mir die Polizei. Ich habe eine super Idee. Ja, ja, hör zu, ich weiß, wie wir ihn uns vom Hals schaffen. Frische Luft hat er schon immer gemacht und ab geht's. Was ist schöner als alte Freunde treffen? Das ist doch der Killer. Verdammt, den war doch noch da. Bernie hatte sie eingeladen, also wollten sie auch partout das Wochenende mit ihm verbringen. Koste es, was es wolle. Vorsicht, nicht den Bart wegsaugen. Hey Larry, er sitzt schon wieder in der Saal. Sag hallo. Wir sehen uns später, Jungs. Auf der Party. Auf der Party, Bernie wird auch da sein. Siehst du, ist doch ein toller Tag. Soll niemand sagen, dass tote Gastgeber keine guten Gastgeber sein können. Was, das blonde Mädchen hat ihn geküsst? Einen Fuß vor den anderen, Bernie, ja. Und soll niemand sagen, dass Tode nicht unternehmungslustig sind. Kompliziert wird es nur, wenn Leichen... Schlag doch schon zu! ...von heimtückischen Mördern verfolgt werden. Siehst du was, Bernie? Geht denn hier nicht weiter? Oh! Sag hallo, Bernie! So, jetzt bist du fällig. Verbringen Sie ein Wochenende mit Bernie. Oh, Bernie! Was macht es schon, dass er tot ist? Ja! Immer Ärger mit Bernie. Ein Film, der Tote zum Leben erweckt.